Schönen guten Tag, mein Name ist Paul Meinhardt. Ich bin 33 Jahre alt und Tischlermeister und bin seit vier Jahren angestellt bei der Firma Metrica in der Konstruktion. Metrica ist ein Traditionsunternehmen. Unsere Unternehmensgeschichte geht bis ins Jahr 1681 zurück. Alles fing mit einer Tischlerei an. Heute steht Metrica für Tradition und gleichzeitig High-End Technologie. Metrica ist der Spezialist für Inneneinrichtung von exklusiven Superjachten und Residenzen weltweit. Bei Metrica arbeiten mehr als 280 Metrikanerinnen und Metrikaner, wie wir sie gerne nennen. Wir haben zwei Standorte in Deutschland und je einen in Österreich in Kärnten und in den USA in der Nähe von New York. Wir arbeiten eng mit international erfolgreichen Designern und natürlich mit Werften zusammen. Das Ergebnis sind einzigartige und absolut exklusive Inneneinrichtungen, die immer Unikate sind. Metrica arbeitet Hand in Hand mit ihren Kunden, um sicherzustellen, dass ihre Vision verwirklicht und das vorgegebene Budget eingehalten wird. Bei jeder Ausstattung einer Luxusresidenz und einer Superjacht ist immer innovative Technologie und Handwerkskunst vom Feinsten kombiniert. Das Endergebnis ist dann Qualität auf höchstem Niveau. Unsere Metrica Unternehmenswerte sind Teamgeist, Sorgfalt und Klarheit. Sie sind das Fundament dafür, dass wir für unsere Kunden das Beste erreichen. In der Abteilung Konstruktion entstehen alle technischen Zeichnungen für die weiteren Prozesse mit ARIS Commander. In allen anderen Abteilungen, wie Projektleitung, Produktion, Montage, Aufmaß und Einkauf nutzen wir ARIS Commander, um 2D- und 3D-Dateien zu lesen und zu prüfen. Dabei wird auch die Zusammenarbeit im Rahmen von Trinity immer mehr eine Rolle spielen. Die offene Oberfläche von ARIS Commander hat es uns erlaubt, die Benutzeroberfläche nach unseren Wünschen anzupassen und zu erweitern. Es war unproblematisch und mit nur wenig Aufwand verbunden, unsere firmenspezifischen Tools von der bisher verwendeten CAD-Software auf ARIS Commander zu migrieren. Die Gründe für den Umstieg waren vielfältig. Neben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis waren Stabilität und Performance ausschlaggebend. Zudem können wir durch die Befehlskompatibilität mit unserem bisherigen Workflow nahtlos weiterarbeiten. Und wir haben festgestellt, dass ARIS Commander sogar defekte Dateien öffnen kann, die sich mit anderer Software nicht mehr öffnen lassen. Erfahrungsgemäß konnten wir feststellen, dass es für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Problem ist, sich schnell mit ARIS Commander zurechtzufinden. Metrica ist immer auf der Suche nach guten Fachkräften. Wir haben auf unserer Homepage unter dem Button Karriere viele offene Stellen veröffentlicht. Als erfahrener CAD-Anwender habe ich in etwa eine Stunde gebraucht, um mich in Gräberts CAD-Software einzuarbeiten. Die wichtigsten Handgriffe beherrscht man bereits nach ein paar Minuten, da die Bedienbarkeit und Oberfläche fast eins zu eins zu unserer bisher verwendeten CAD-Software passt. Eine intensive Schulung braucht man eigentlich nicht, bei dennoch auftretenden Fragen hilft Firma Gräbert. Da wir standortübergreifend arbeiten, betrachten wir momentan die Möglichkeiten, die uns ARIS CUDO bietet. Durch ARIS CUDO ist es unseren Kollegen möglich, direkt über den Internetbrowser auf vorhandene CAD-Dateien zuzugreifen, ohne sich um Installation oder Lizenzverwaltung kümmern zu müssen. Ein Login ist alles, was man braucht, um mit dem Arbeiten beginnen zu können. Alle in der internen Cloud hinterlegten Dateien sind zentral abrufbar. Für kleinere Zeichnungen und 2D-Ableitungen ist es heute schon denkbar, damit zu arbeiten. Für die Umsetzung weiterer Anforderungen arbeiten wir eng mit dem Entwicklungsteam von Gräbert zusammen, um den Einsatz von ARIS CUDO zu optimieren. Wenn ARIS CUDO für unsere Endkunden im Ansichtsmodus noch selbsterklärender wird, könnten wir uns vorstellen, darüber auch Zeichnungen zu besprechen oder sogar freigeben zu lassen. Oft sind unsere Kunden noch analog unterwegs, da passiert dann leider noch viel mit Papier. Wir planen konkret in Zukunft eine Browserlösung für genau solche Szenarien einzusetzen. ARIS CUDO ist dafür der ideale Kandidat. Einen Änderungswunsch des Kunden kann man auch dann viel früher in die Umsetzung geben. So spart man Zeit und damit am Ende auch Geld. Der deutschsprachige Support ist schnell und kompetent. Bei Problemen gibt es meist direkte Lösungsvorschläge. Kritische Fehler werden sofort behoben, kleinere Fehler oder Änderungswünsche befinden sich oft schon im nächsten Service Pack. Durch diese enge Zusammenarbeit mit den Kunden und die resultierenden Updates entwickelt sich ARIS Commander stetig weiter. Auch Lizenzfragen werden durch das Gräbert Kundenmanagement schnell und unkompliziert unterstützt. Überdies haben sich die Ladezeiten unserer Zeichnungen verkürzt und wir haben bedeutend weniger Probleme mit Abstürzen. Inzwischen stehen bei uns die ARIS Commander Lizenzen viel flächendeckender zur Verfügung. Durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die flexible Lizenzierung kann Metrica auch neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen problemlos ausreichend CAD-Lizenzen zur Verfügung stellen. Wir können ARIS Commander weiterempfehlen und werden in Zukunft weitere DWG CAD-Lizenzen von anderen Anbietern ersetzen. Der Wechsel zu ARIS Commander war für uns eindeutig der richtige Schritt. Looking at the Sneed已經 Nummerống an. segundo Anbietern h hin sch page